wow shit level 3 kann ja wohl nicht so schwer sein ich weiß gerade nicht genau wo hier die sch- hey kinders was geht bei euch ab willkommen zu cluster truck ich habe schon mal gesehen man man springt von 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 truck zu truck und darf halt nicht runterfallen ja naja next level was das spinster ach so ich muss warte davon ist es goal okay davon ist es go man muss bis zum goal kommen scheint er erst mal einfach ich meine ich könnte einfach stehen bleiben ach gut es geht so schnell das spiel fertig was habe ich jetzt bekommen speed bonus weil ich weil ich nicht auf dem teil war auf dem ich am anfang stand okay wie ich bin ich erster just friends wie ist es jemand besser von euch koronex verstehst du euch okay machen wir das nächste level das scheint noch nicht schwer zu sein also ich dachte das ist voll das geile spiel oh oh shit einfach hängen geblieben oh 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 guck mal die bleiben am sicht können die wohl hängen bleiben ne okay macht nichts wie gut ich gerade eben war warte mal ist das will ich jetzt sehen ich bin bester 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 ich bin so vorgegeben okay einfach trüppeln über alles oh mein gott okay das hat nicht gezählt das hat gerade eben du musst zurückgehen mit deinem kopf weißt du so ich war kurz hinten ich hab nur gecheckt ob die ladung richtig ist oh mein gott ihr habt noch fucking chance kiss me okay ich bin nicht mehr erster also du kannst mich ruhig als erster anzeigen passt jetzt nicht aber egal trotzdem level 3 kann ja wohl nicht so schwer sein ich weiß gar nicht genau wo hier die ich weiß kann ich so genau woher die schwierigkeit liegt also ich meine ja man kann mal leichtsins fehler machen okay die map kann sich ja oh mein gott kann man auf die stücke drauf von der gar kein problem okay habe ich ja ich bin an dem schnittigen hängen geblieben wie bekomme ich score wie bekomme ich score erster locker erster tja boys tillt activated gar kein problem nuttenpreller anstatt nutten zu brennen sollst du trainieren hier in dem spiel reich mir kommt das so minimal leggerlich vor ein bisschen es muss aber das das so muss das spiel sein also der bete nee 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 komm schon locker wie der erste kann das spiel vielleicht einmal schwierig ich drück einfach die ganze zeit auf shift und auf w die ganze zeile der haut haben okay wo fahrt ihr denn hin ihr müsst doch unter mir bleiben leute männer sitzen da eigentlich fahrer drin falls ja sind die bestimmt fucking amazing shift und w und space und die maus wow okay 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 fuck ich mach bis hier ich mach wir gucken uns einfach mal das level an wir machen mal gechillt ab hier okay so wow weder konex ist besser als ich rastisch aus nur rast ich total aus so so wie es ist irgendjemand look at this herald okay der hupt hat er gerade nach wie vor erster ich weiß ja nicht bin ich einfach nur der profi in dem spiel und er freut ihr euch nur mich zu sehen okay wir fahren einfach mal mit ach guck mal jetzt gehen die sache nicht kaputt gut gut dann fahren wir ja schnell mit bevor das kaputt geht alles ja ich dachte er mich ja gestorben das spiel ist fucking sick hat er mir das geschenkt ich habe das hat mir jemand von euch geschenkt oder ihr habt mir das geld dafür gegeben was nein nein konex nicht mit mir konex ich meine eigentlich ist das so a3 spiel das ding oh oh das glaube ich jetzt nicht das glaube ich jetzt nicht was ich gerade eben für einen sicken kram gemacht habe ich war kurz ich war kurz gott ohne zu übertreiben okay 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 das war zu durchfall like das war zu krass weil ich schon übertreibst durch war gewollt gewollt ja ja als wenn jemand jetzt seinen motor anmachen wird labert nicht man gynifred und peter sind schon acht kilometer vor gefahren und die machen jetzt jetzt konex ich hab dich fast gehabt du bock ich hab dich fast gehabt oh mein ja der eine ist einfach explodiert alter now fucken problem wobei da auch kommen weil ich hier vorne wird es immer so ein bisschen kritiker ich wollte gerade sagen hier vorne wird es immer so ein bisschen kritiker weil ich wegen den steinen und dann kommt mir einfach gynifred entgegen geflogen schon wieder er kann aber auch nicht fahren das ist wie barney hobst du nur besser du musst halt richtig geh du musst halt richtigen skill haben du musst mit der maus so wie mit der tastatur total eins sein scheiße die karte bei waren wenn der tastatur ist englisch für tastatur wissen die wenigsten viele sein keyboard oder so ein scheißer was heißt tastatur ich gucke jetzt nur zu euch und schaue und oder spiele mit meinem peripheren sichtfeld es ist gar nicht mal so einfach wenn du nicht hingucken kannst na alter da kommt er wieder geflogen der kann es nicht lassen der mann okay nur seitwärts aber es ist nicht schlimm in wirklichkeit bin ich die ruhe selbst oh mein gott konix ja achtung gut machen wir die nächste runde hier machen wir die nächste runde hier ne nächste runde ich geh mal nach hinten die kommen von vorne am ok am ok mal schauen ob ich jetzt immer noch erster lächerlich ne ich glaube ich bin immer noch erster und so pass auf wenn ich jetzt erster bin dann lache ich wirklich laut laut hals ach fuck you can't hit me bitch oh nein das zählt nicht ich war bei einer sekunde oder sowas und dann passiert so fuck einfach durchatmen auf die bär springen hier auf den thomas da ist der rudy und noch einen schicken sprung in den sieg vielen dank fürs zusehen meine damen und herren ich bin wie immer easy erster läuft you can now afford your first ability aber no aber ich wollte gucken wie gut ich bin wie ich bin nicht erster muss ich es halt nochmal gewinnen ne typisch du muss ich halt mal gucken ob ich deutlich besser bin als der auf fuck was war denn das für ein geiler start also wenn ich jetzt trotzdem den ersten Platz hab dann hab ich mit handy cap mit dem riesen handicap hab ich da ja 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 total locker du das mach ich im schlaf ich hab grad gestern einem kleinen kind bei der map geholfen fuck ich weiß noch gestern als ich so ne map schon mal im schlaf gemacht hab weißt du so wie kinder wenn sie über irgendwas reden ja mein vater hat zu hause ne map gemacht der hat 800 minus sekunden gebraucht und hat ne waffe zum zerschießen von leuten ich hab schon mal jemanden tot geschossen aber das darf ich niemandem sagen also hier ist ja erstmal die gefahr überhaupt nicht hoch zu kommen das ist ja das erste woran du denken musst das ist das erste wenn ich an Essen denke denke ich direkt an Tierarzt okay gar kein Problem doch Problem so ganz genüsslich zum Ziel wow ich bin aber zwischendurch hängen geblieben wahrscheinlich bin ich jetzt nicht erster was ja okay oh was haben wir denn ja was haben wir denn ach guck doch mal da guckt mal einer schau du ist das nicht fuck ist das nicht lustig oh scheiße bleib hier oh ja das hab ich natürlich au mit Absicht gemacht ich jump einfach durch wie ein Lusch wow ich war jetzt noch damals im Kindergarten als ich es immer im first try gemacht hab hier oh scheiße ich war jetzt noch damals in der Grundschule als ich es immer im first try gemacht hab das waren noch Zeiten da haben mich alle benitten ja das ist die Vergangenheit ich war jetzt noch damals im Gymnasium als ich das easy gemacht hab man man da war ich echt noch jung einfach nur das Spiel durchgespielt ich war jetzt noch damals im Studium ich hab das einfach so locker weggehustelt hier ich mein Kleid jetzt bin ich älter da ist es natürlich eine andere Sache aber ich war jetzt noch damals auf meiner Beerdigung da hab ich das Spiel locker durchgeacet kann ich nicht irgendwie oh ja fuck ich flieg einfach auf diesen rettenden Laster zu und das Ding nope der eine LKW ist eben einfach so weggeflogen also so im Spaß ja komm schon ja nein oh Gott ich bin echt abge... ja 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 nein ich mach jetzt einfach W, Shift und Leertaste what the fuck was fahren das ey ich brauch einfach nur einen Safen der Richtung Ding kommt Richtung Goal der da vorne der ist es der ist es ja 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 oh Gott was ich hör doch... was okay okay nein okay okay easy easy warum fahren die denn da rüber was machen die nein das gibt's nicht ich bin aber auch echt bescheuert weil ich müsste einfach nur sitzen bleiben auf den Dingern wenn ich dann da bin aber dann denke ich halt auch gleichzeitig an die Zeit ich will ja auch eine mittelmäßig dissente Zeit haben Jungs wo fahrt ihr denn hin und Mädchen ich will ja nicht zu gender specific deiner scheißen Dreck oder was hey ja nein nein ja ich bin doch ich bin doch alive ja 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 nein wo wirst ihr hin okay ja 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 ihr ihr seid meine fahrkarte ins glück komm schon jetzt auch noch erster das wärs jetzt ja so jetzt haben wir hier noch eine Ability die wir freischalten können zum Schluss hin was sollen wir machen Double Jump Air Dash Jetpack eine neue Jetpack das wirklich nicht funktionieren okay Levitation own Revelling Hook nice boost the truck below the player teleport the player let's the player do some mad flips okay time slow ja nice ein portabler truck ein Projektil mit dem ich einen Truck schießen kann nice back trucks to the latest truck you truck 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 trucks was freeze all trucks makes the game super epic all points earned are doubled with an epic mode okay ich würde sagen auf den mode sparen wir mal hin super truck super truck super truck alles klar ich hoffe euch hat das Video gefallen vielen Dank fürs Zusehen macht's gut bis zum nächsten Mal ciao ciao